Es ist so unglaublich schlecht mit mir. Yo, was geht? Herzlich willkommen. Ich habe heute Geburtstag. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir ganz kurz Happy Birthday singen. Du hast erst morgen Geburtstag. Wenn das Video rauskommt, habe ich Geburtstag. Ja, aber es kommt ja... Wir nehmen es aber jetzt auf. Du hast heute kein Geburtstag. Aber ich habe eine coole Vorderung mitzuhören. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, gibt es hier ganz kurz einen Clip, wie ich Lukas facetime, wie der für mich Happy Birthday singt. Tja, Lukas, das musst du machen. Das ist mein Geburtstagsfundstu. Tja, spiel nicht, wenn ich du wäre. Wir spielen gerade ganz kurz eine Runde Trimax Fails-Reactions. Meine Freunde, best of November oder schlecht of November. Ich würde sagen, wir gehen wieder rein. Lukas, wer lacht, muss mir ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Drei, zwei, drei, zwei, eins und los. Soll ich mal reinspringen? Ja, ja, es tut mir nicht weh. Nein, nein. Vierer Star. Oh, das ist ein Fehlpass. Den wollte ich auch nicht anpassen. Das ist halt... Das ist mir wirklich sehr sehr... Oh, sch***. Sche***. Was? Ich hab den so heftig gekickt. Ja. Der hat sich einfach komplett umschlagen. Wahnsinn, wie... Wahnsinn, wow. Das ist unglaublich, Max. Wahnsinn. Der ist eigentlich richtig hoch. Romatrad verloren. Es ist nicht... Es ist nicht verloren. Guckt euch vorher, nachher an. Das ist schon... Das ist schon ein bisschen unerschön. Er hat sich am Anfang... Er nährt nur von einem Schubohörnchen. Romatrad ist wirklich peinlich. Kennst du Romatrad? Ne. Peinlich. Wie findest du Trimax Form? Das ist echt schmal. Oh, das ist mein Haus. Das ist mein Haus hier, was ich gebaut habe in Minecraft. Alter, sonst brauchst du mal so großzügig. Guck mal, ich komm über die Brücke. Guck. So. Ja. Das ist eine Kurve in der Straße. Geh die doch einfach, du Ochse. Ist schmal. Guck mal hier, wenn das so... Ja, so ist ein bisschen besser, ja. Laterne würde ich noch ein nach rechts setzen dann noch. Okay, okay, ja. Soll ich ein bisschen größer machen. Ich juckt das, Digga. Digga, also wirklich. Ich bin gerade eingetreten. Ja. Digga. Es ist so unglaublich schlecht, wirklich. Dieser Schnurrbart ist so schrecklich. Ich hab's auch kurz in der Abstimmung gemacht. Guck mal. Digga. Den Schnauzer stehen lasse. Der wird erstmal... Der wird erstmal bleiben. Bitte nicht, Mann. Ich hab hier auch einen für einen Tag lang. Und das hat mir schon gereicht, meine Freunde. Ich hab ihn wieder weggemacht. Aber Max, das ist wirklich... Also du siehst wirklich... Also du siehst aus, als dürfst du nicht an den Kindergarten ran treten. Wirklich. Genau. Wir hatten gestern auch ein Familienessen. Als die Familie kam. Und ich hatte ihn einfach. Ich hatte ihn einfach. Und keiner hat sich getraut, den Schnauzer anzusprechen. Niemand. Niemand hat ihn irgendwie erwähnt. Die haben es einfach alle hingenommen. Okay. Max, ich hab gestern übrigens einen Architekten mein Haus bewerten lassen. Archi? Okay. Archi. Mann, Alter. Das ist ein richtiger Try-Max. Wie der aussieht. Wie er aussieht. Der sieht einfach wirklich aus wie ein Karpfen. Max sieht einfach aus wie ein Karpfen. Okay. Max ist auf der Bühne. Max verletzt sich elf Meter. B-B-Lot. B. B. Was? Der ist einfach nur das Unglaublichkein, der in allen Spiel sch*** ist. Was ist das denn für eine Flanke? What the f***? Das hast du dir auch verdient. Bin ich ein guter Unterhändler? Ein Unterhändler. Ja, bin ich doch, oder? Ich bin ein Friedens. Oh, flieg. So, Max, ich nicht. Ich helfe dir jetzt. Soll ich das, ich baue das dir jetzt mit... Alter, ein stabiler Flug. Das ist übel gespürt. Alter, das müssen wir in meinem Namen machen. Ich bin auch ganz live gekommen. Oh, sie sind beide live, Digger. Max, ich hab die letzten Gesprächsziele für mich. Warum sind da so viele Clips von mir drin? Was ist so unangenehm, Alter? Es ist einfach nur schlimm. Wir fangen an mit Person Nummer 1. Try-Max. Yes, yes, it's cold. Oh, Leute, das war ich hier. Dieser Wille, dieser Riese von Clash of Clans. Oh, Leute, ich freue mich sehr. Alter, krank. Okay. Oh, Junge. Das ist die große Laufspread. Laufspread. Oh, danke, schau. Ich hab's nicht. Stabile Brust, ne? Geschmackssache. Was mach ich jetzt die ganze Zeit? Ich bin auch gerade noch die ganze Zeit. Was war das für ein Sound des Versagens? Oh, Matrat. Try-Max sieht aus wie so ein enttäuschter Vater. Weißt du, was ich meine? Einer, der einfach so zu dir sagt, Papa, ich hab ne 5. Und dann schüttelt der einfach nur im Kopf und schaut dich traurig an. Ich kann das nicht ernst nehmen. Mit dem Schnauzer. Und des Versagens. Und dann selber. Das ist der Sound des Versagens. Das war dein Scheiß-Sound des Versagens. Also, ich bin pissed. Guck mal, wie müde der aussieht. Ich esse jetzt, wenn er nicht da ist. Oh, Junge. Diese Gemüse. Das war so schlimm. Das war so dumm. Der kotzt mit dem Gemüse. Ey, Leute, ich hab mich hier selber. Guck mal, ich hab hier ein Gemüse-Teller gerade stehen. Er tut so, als wäre das keine Ahnung was. Ja. Und? Ging übel easy. Du warst es nicht gegessen. Es ging easy. Es ging easy. Da mach ich direkt das Intro. Leute, Trimax hier, wir zocken bei der Minecraft Heimpixel falsch. Minecraft Craft Detect. Wird nicht rausgestellt. Man muss natürlich, klar. Ich mach mal kurz ein paar Rockets. Ein... Der Schubel-Shop ist immer noch geil. Geil. Wir sind Romatra, Chef Stogo, Trimax. Und wir sind Gamer. Hör mal auf. Geil gestoppt. Das ist so ein richtiger Kevin-Blick einfach. Einfach Papa Platte, wie er libt und lebt. Guckt ihn euch an. Das ist der Sound. Wie viel Energie der in dieses Interview mitbringt. Wahnsinn. Krass. Ja, so wie Nene sah von oben einfach echt schief aus. Was der macht? Der tötet das Skelett doch nicht, ne? Der tötet von euch noch keiner. Der macht einfach weiter. Was ist das? Ist das einer von euch? Was soll das sein? Digga, das stilgt nicht einfach das Dreckskelett. Kann doch nicht sein. Hä? Der trifft doch nicht. Ein Skelett hat mich getötet? Das Hadoo ist doch gar nicht tot. Hat mich auch gar nicht getötet. Sein Blick ist so hohl. Ich zünd das jetzt an und dann... Ja? Moment, stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott, das ist jetzt... Ich dachte, ich kann es doch nicht weghauen. Ne, ne, ne. Vor du das anzündest, muss ich mir das angucken. Fack ich halt übel ab, ey. Das ist ja richtig komplizierter Scheiß-TNT. Das kann jetzt ja easy springen. Kompliziert, oder? Wir waren in Schweden, in Helsinki, waren wir alle zusammen. War das in Schweden, ne? Ja gut, Helsinki zählt nicht. Helsinki ist Finnland. Ist meiner, oder? Wenn er ist meiner, das ist... Der ist so sauer. Der ist so sauer. Warum ist der sauer? Das ist ein Einwurf. Es gibt auch noch Option 3. Ja, welche? Was kommt jetzt? Ich wusste nicht, wie der dabei aussieht. Ich bin in Materialien wieder. Und... Pass auf. Ihr schuldet mir jeder 250 Diamanten. Das ist einfach nur... Einfach nur verrückt. Ich hab die Regel nicht gemacht. Du doch. Ja, hast du gerade gemacht. Die Regel hast du gerade gemacht. Trimac. Hallo Trimac. Wie geht es dir? Ah, shit. Trimac, Trimac. Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin ready. Da ist jede Kommunikation. Da ist etwas schiefgegangen. Hast... Hallo Trimac. Trimac, Trimac. Du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht irgendwann mal richtig krank auf den Kopf gefallen ist, Alter. Der muss so... Der muss sich so wehgetan haben. Ich mach weiter. An den ganzen Sätzen gesprochen. Da hat der Schuss ins Knie also doch dein Sprachzentrum repariert. Das ist ja fantastisch. Trimac, jetzt können wir dich endlich auf die Uni schicken. Ja. Okay. Offensichtlich kann man ein paar Wörter gehen und auch noch mehr, ne? Ja. Ja, das seh ich auch so. Wir bringen dir das noch bei, Trimac. Hast du geübt? Wie hat Trimac die ganze Zeit... Ja, ja. Ich sprech für ihn. Ja, ja, ich habe geübt. Der sitzt einfach nur da. Okay, gut. Danke, Trimac. Der sitzt einfach nur da, der Affe. Warum hat er da nicht geredet? Gab's da irgendwie einen Code, oder? Ne, ich glaub, der wusste einfach nicht, was er sagen soll. Dann sag's mir einfach nichts. Ja, Tomata, kannst du mit mir reden, bitte? Ich esse gerade. Du isst! Oh. Es ist 19.30 Uhr. Wer ist denn halb acht? Perfekte Zeit zum Abendessen. Absolut. Perfekt. Alles klar. Ey, Jungs, ich bin kurz fünf Minuten afghaner. Ich muss kurz die Schmierchen ausräumen, die Mühe auspringen. Bis gleich. Das ist so dumm, das ist so dumm, was der jetzt macht. Ach, nee, doch nicht. Ich bin ja kein dummer Loser. Also, ganz ehrlich, bei dem Jungen ist so viel falsch gelaufen. Es tut mir einfach nur leid, Max. Danke für die 300.000 Views als Geburtstagsgeschenk an der Stelle. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.